So, Herzlich Willkommen zurück zu meinem Tupacum 3D-Let's Play. Ja, dann geht's um Level 8, Critical Mars. Ein... Jo... Sehr... Schönes, aber auch... Sehr gefährliches Level. Ich sehe einen Panzer. Ähm... Wir speichern das mal hier ab. Zack, und... 20 Arketen... Ja. Aber schön, dass der mich nicht sieht. Aber ich hab mir nicht so wirklich die Waffen... Die ist... Blöd, weil der auch so viel... Frisst, ne? Ach... Jawoll, das sind gleiche... Warum auch nicht? Jetzt sieht's an, ne? Einfach mal gleich... Zwei Panzer... Mann, ich verbrauchte Munition, das ist... Furchtbar... Furchtbar, Lees. Aber diese Musik ist cool. Oh je... Die Tür lassen wir jetzt mal besser zu... Äh! Ja, durch die Türen durch, ich glaub auch... Wo ist es? Mach mal die Tür auf hier... Bäm! Kein Licht hier... Ist natürlich ein bisschen doof... Scheiße! Ja, ja! Bäh! Ich treff... Scheiße! Scheiße! Ja, ja! Bäh! Schon sterben, ne? Dann kommen wir alle aufeinander... So! E-Chain-Gun-Kino... Jo! Dunkel ohne Ende hier... Bäh! Bäh! So! Speichern! Ich find's ja im Übrigen interessant, wie viele Aufrufe dieses XXS Stacy-Video bekommen hat... Ja! Was diese kleinen Mädchens da auf dem Summbäbelchen doch anrichten können, ne? Ja! Ja! Ist hier nicht noch ein Half-Pick irgendwo? Dann halt nicht! So! Hier ist noch Shotgun, Munition, werden dunkend angenommen... Oh! Alle Waffen voll! Das ist natürlich perfekt! So! Ja! Ich denke mal, dann können wir diesen Ort auch verlassen und hier mal dieses Treppchen hochlaufen... So! Ah ja! Jetzt bricht hier die halbe Bude auseinander! War hier nicht ein Secret? Hier war doch ein Secret, aber ich weiß! Ah! Ja! Dafür ist es jetzt zu spät! Haha! Aber ihr wisst ja jetzt nun, wie das mit diesem Level bestellt ist, ne? Ich hab da gar nicht mehr Erinnerung, dass es da schon ist! Nee! Das regeln wir anders! Moment! Wir müssen auch treffen! So! Mach mal auf hier! Ah! Wie war denn das noch? Mensch! Ich hab das alles vergessen von damals! Gott dammit! Glaubt ihr, ich erinnere mich? Nein! Hm! Das war wohl anscheinend nicht so schlau! Moment! Das schaffen wir besser! So! So! Hier geht's rein! Gut! Da war das Secret also irgendwo! Hm! Ah! Ah! Links! So! Ich hab's jetzt gefunden! Endlich! Ach! Da war eh Atomhilfe! Ja! Da war Atomhilfe! Da war Atomhilfe! Ja! Da geht's mir jetzt ja wieder besser! So! Gut! Und! Ah! Speichern! So! Ich glaub das lohnte sich! Lohnte sich das? Naja! Mehr oder weniger lohnte sich das! Ja doch! Hier war ja eigentlich der Text! Sollte sich eigentlich gelohnt haben! So! Ähm! Jetzt rechts und links runter! Nee! Nur links geht's runter! Wie es scheint! Ach! Mir fällt da grad was ein! Was war denn mit dem Schacht der da unten! Äh! Bei dem! Keine Ahnung! Hm! Ich glaub da komm ich jetzt auch nie wieder hin! Wie komm ich jetzt eigentlich Jens noch raus! Äh! Wenn ich den Fahrstuhl nicht benutzen kann! Wo ist es? Jetzt! Ah! Hier! Bäh! Bäh! Ich hab hier mit dem T抽hlingelau gemacht! Ich hab hier leicht flage shipes. Und das mal direkt so! Hm! Es ist so wirklich erfolgreich, ne? Ach du Scheiße, deswegen Wir sollten hier ganz schnell mal raus Aber wenn das eh zu Zu geht, werde ich die Kraken Ja auch nicht verfeuern brauchen Hm, wir gucken mal So Mal hier Das kriegen wir bestimmt besser hin Viel Spaß beim Plattwerden So ein Ärger, ne Kraken So So, hier ist noch ein Secret Mit so einem Äumelchen drin So Was passiert, wenn ich diesen Pfeilascher abschieße? Gar nichts Und hier ist so ein Ding noch drinnen Wird Duncan angenommen Was will mir da Pfeiler sagen? Nichts Er will mir sagen, dass er existiert Äh, Scheiße Sondern ich lange hatte die ja nicht gelebt, ne? So Ach du Scheiße, Mensch Was hat sich denn wieder zerquetscht? Da soll mir recht sein Aber wir müssen auf der Rakete ein bisschen aufpassen Wir haben da nicht so viele von Hier ist eine Pipebomb Mach das Ding auf So Erstmal kaputt machen, ne? So Auf der anderen Seite haben wir nochmal so was Perfekt So Und rein hier Und hochfahren Was haben wir hier? Oh, ein Papierkorps Was mir ganz schön weh getan hat Hm Oh, ich seh nix Oh, ich steh direkt vor Pickups Ach, sterb doch Sterb halt mal Ich hab die ganze Zeit auf die Leiche geschossen, ne? Ja, kein Wunder Ach, du Scheiße Hm, ist dunkel da Drin Ich benutze mal das Ding Geht schneller Ah, es sind ja noch so viele Hier, erst die mal Kapiss dich Da kommt der da auch noch rum, ey Ich glaub's einfach nicht So So Und das Ding Boah, okay Bisschen Versorgung War ja hier wieder Okay Na gut, weiter So Hm Ist was los Das ist ja grausam Ja Man merkt die ziehen, ne? Auf alle Fälle Das Sieht man Und merkt man Und spürt man So Okay Der Himmel ist auch geil, ne? Muss man ja sagen Ja Ja Und der Himmel Ja Das nächste Level Das ist auch Sehr interessant Muss man sagen Gut Ähm Dann können wir erst mal Ja Die hab ich doch nicht, oder? Nö Was hatte ich jetzt übersehen Shit Ups Anscheinend euch Wow Das setzt er sich da oben rauf Ich glaub's ja nicht Das hätte er wohl gerne So Die Das hätte er wohl gerne Oh Mann Da hab ich wieder Ein Matsch hinterlassen Ne Wir müssen auf unsere Inklusivwaffen Ein bisschen aufpassen So viel Zeug Haben die nicht mehr So Den Code Weiß ich jetzt nicht mehr Oh Ja So'n Ding So Und Raus hier Dann können wir hier hin Und ich weiss auch was dahinter ist Nämlich wieder ganz schön viel Problematiken Ach die Eier Hm Oh Jetzt haben wir was getan Hier Ach bleib auf Krass wie schnell der Expander leer ist Ne Finde ich jedes Mal erstaunlich So Noch mehr von diesen Viechern Na komm Na Also Kommt schön Hier haben wir ein Fuß Das ist für euch Immer Einsatzbereit Schön wie die Kugeln In der Luft schweben Ja Einschusslöcher Die in der Luft schweben Das ist interessant Sowas gibt's auch nicht Alle Tage Wo sind die Blöden Und da So Da ist noch einer Na komm Zeig dich halt mal So Geht doch Jetzt haben wir hier ein Secret mit der RPG drin Und dann haben wir da oben noch ein schönes Und dann haben wir sie alle Jo Und raus hier So Speichern Da lebt noch mehr Das hab ich genau gehört Da war der doch eben Stirb So Nichts entkommt mir Nichts Was War die hier drin Ob ich die jetzt übersehen Auf der linken Seite Ja eigentlich nicht Ob ich die jetzt diese blöde Karte übersehen Irgendwas aber sehe ich gerade Hier unten drin wahrscheinlich Hier Ich glaube hier bricht das gerade noch mehr zusammen Ja Das ist hier ganz unheimlich Das Ding Echt interessant was hier so abgeht Und denkt sich auch Der halbe Laden bricht hier zusammen Die gelbe Zuckmisskarte Hab ich Immer noch nicht Melden down Jo Was soll das jetzt So Ja Schön Wo ist jetzt diese blöde gelbe Karte Die hab ich immer noch nicht gefunden Die muss doch dann hier Unten irgendwas sein Oder Ach Tatsache Kann man mal sehen Wie blind wir sind So Nur aber Wir sind aber Tatsache fertig So Zack Nix da Schieß mal da mit Damit wird das ein bisschen Schneller Oh Der will offensichtlich nicht sterben Der will offensichtlich nicht sterben Ja Antiwaffe macht mehr Sinn Sonst Da brauche ich weniger Zeug als mit der Shotgun So Boah Der hat mir jetzt voller Breitseite gegeben der Arsch Ich würde da am liebsten wieder ne Aber nein In der Regel das ganz klasse Mit der Shotgun Da kommen wir eh wieder nicht rein Gut Ach fuck Dann bleib ich hier stehen Der kommt eh nicht Zack Ach Scheiße Ich passe heute irgendwie nicht so auf Hab ich das Gefühl Na gut So Mach mich wieder groß Los Sterb bitte endlich Also Geht doch So Ah Da war auch die Zugungskarte So Jo Muss da einfach 2mittels sein Oder auch nicht Hätte man jedenfalls vermutet Wenn da so ein Ding ist Und hier ist nix weiter drin Aber ich hätte echt noch unterziehen Was am Anfang des Levels In dem Schacht war Das kriege ich wohl eher nicht mehr raus Das hab ich irgendwie vergessen So Naja gut Speichern wir nochmal Moment Das können wir sicherlich auch besser lösen Ah Ich muss da anscheinend raus Weil das ganz zusammenbricht Und nie Jo Aber Halleluja Ja und seht ihr das Schiff da hinten Da sind wir im nächsten Level drauf Und das ist richtig riesig das Level Das ist Wahnsinn So Noch ein bisschen Hilfe gefunden Vielleicht zufällig noch irgendwie Was wir abgreifen können Was ist denn da unten noch drin Nix Na gut Okay Dann speich ich mal kurz Ich versuch nochmal da in den anderen Level rein zu kommen Oh das kommen wir sogar Ne Es ist Sex Shit Ah doch da Ich filme mich nochmal kurz zu wissen Was da drüben drin war So Ähm Moment Wir machen mal eben sowas Damit ich lebendig bleibe So Ich wollte nämlich noch Was denn was Was da unten drin ist Äh Was da hinten drin ist Moment Da Was ist hier Hm Was habe ich da eingesammelt Was habe ich denn da eben eingesammelt Irgendwas lag da Hm Bisschen blöd Wenn man nicht definieren kann Was Moment Ich will das nochmal wissen Ich meine das hat doch Ah diese Viecher hat unten Die Nerven So Ah keine Ahnung Wie mir das ausleuchtet Ne Hm Vielleicht sehe ich es ja sowas da ist So Hm Was soll ich Ist echt So Okay So Und Sehr Keine Ahnung Es ist da Ich check's nicht Mist Egal Ich sehe es leider nicht was da ist Was auch immer da ist Waren es vielleicht Granaten Ja Ja ich glaube Eine Granate zu haben Eine Peilpumpe oder so Was muss der eben doch Textnachrichten mit mir anzeigen Na egal Wir gehen jetzt hier hin Und So ist hier Aber das hat mich halt noch interessiert So Jo Und das war's mit Critical Mars Und dann sind wir glaube ich schon Ich glaube das vorletzte Level Das ist dann glaube ich schon Ne Der Relikt Müsste eigentlich das Vorletzte sein Dafür aber auch ein sehr langes Ja Das war's mit Critical Mars Schwierigkeit Gerade zieht an Merkt man sofort Und Jo Vielen Dank fürs Zuschauen Und dann sehen wir uns das nächste Mal Mit der Relikt wieder Dem Schiff Bis dann Bye Bye